Jo. Ach, die können Vögel. Was macht er? Oh, wow. Huh. Das war knapp. Und ich war quasi schon draußen. Das ist ihr Spider-Hubschrauber. Geschafft. Ich sag dir, Ben, die Runde ist nicht später. Der kommt nicht hoch geflogen, der kommt hoch gekrabbelt. Es ist zu Ressa-Zeit. Moinsen und einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Und damit herzlich willkommen zurück zu White Lens. Mit dabei auch diesmal wieder der Björn. Hm, hi. Und der Happy. Drohne fliegt. Ja, und nach meinen kleinen technischen Problemen in der letzten Folge, weswegen die jetzt auch verloren ist, danke dafür, Windows. Ähm, ja. Sind wir hier jetzt? Auf welchen Stellen sind wir denn hier wo? Achso, wir müssen den Typen mit der Drohne ausspionieren. Oder so. Ich sehe ihn nicht mal. Ist sie jemand? Ich habe keine kleinen Gruppe gefunden. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr die andere Folgen oder diese Folge 31 nicht gesehen habt, dann könnt ihr auch noch bei mir vorbeigucken. Der hat die. Für die, die Drohne aber auch nicht bemerken. wir haben was wir brauchen gehen wir treffen mit santa blanca verfolgt die jungs vom kartell verteilen großzügig werbematerial es gibt ein promo track der durch ganz bolivien fährt also ich sag nichts dazu jetzt hat er so ein pferd gehabt und jetzt ist es nicht es muss irgendwo ein lager geben in dem sie noch mehr werbematerial haben wir gehen jetzt rein und erschießen den typen trotzdem klingt riskant haben sie denn schon ein truck ich kümmere mich drum sie schnappen sich alles klar wir kümmern uns drum bei c ist ein leutnant mit denen können wir reden und hey guck mal meine coole neue waffe an haben wir gerade eben frisch aus einer herausforderung geholt und ich sag gar nicht mal so schlecht die werden wir noch in einsatz die wird gleich einsatz erprobt sein das wäre es jetzt schön in den rotor rein reingesprungen ihr seht uns nicht nein das ist kein helikopter über euch das könnte ein bisschen knapp werden hat geklappt glück gehabt ich bin genau sofort instant runter hier kann man sogar was holen hier ist ein santa blanca orden ist ein schönes souvenir tach du arsch so schön aufs bett mit dir was nehmen wir denn ich habe infos über ein körper geht überlegen wir wie wir es wollen das war nicht schön so guck mal jetzt haben wir wieder ganz viele akten dann gehen wir mal gleich hier hin das war anscheinend ein bug damals dass sie angezeigt wurden ja gestern gab es einige bugs oh gott nö nee also ich gehe auf der seite raus wo der hubschrauber ist mhm ich werde es nicht oh gott nö was soll das denn vor allem wie instant ich einfach drauf gegangen bin direkt unten am auto da war einer 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 ein paar mehr würde ich sagen es sind ein paar mehr bitte schneller starten bitte schneller starten jetzt bitte aah pfuh so taxi ich gehe mal hier runter bitte ein bisschen schneller äh was da unten bei den autos björn liegt da noch tach er setzt sich schon mal hin drin jo und tschüss ihr affen mhm mhm ist das ein pool ach ne das ist ein wasser da haben wir noch mal glück gehabt oh guck mal ein feuerwerk oh noch eins da müssen wir hin wow das geräusch war creepy macht ihr das auch dieses piepen mhm oh hier sind ja welche mhm 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 die party crasher mein fahrzeug gebeten wir mit seinem krankenwagen oder wir parken die die komischen dinger schon wieder müssen wir ihr gps mal richtig einstellen oder mal lohnachwürgen geben so was haben wir ach da unten bin gegangen wir auch gleich das paket hier mitnehmen die können vögel was macht er das war knapp und ich war quasi das ist ihr spider hubschrauber der kommt nicht hoch geflogen und gekrabbelt oh guck mal ganz viel kranisch erstmal mit dem propeller durch ihr vögel doch da lang vögel vögel im winter schnee im sommer ja cool das bedeutet bei c müsste theoretisch eventuell auch noch was geben was willst du da guck doch mal genau nach da ist eine akte da ist eine akte da ist eine akte das gibt eine mission na klar da ist bei mir nichts da ist bei c ist bei mir eine akte bei mir ist doch nur so ein fertigkeitspunkt und eine kingslayer datei ihr seht uns nicht hua geil das hat sogar geklappt er ist erledigt boah die waffe ist schon geil ist das leuchtspur munition ja auch noch wow ich würde trotzdem die normale empfehlen die ist besser bürgen ja aber die gefällt mir gerade weil die perlen hat was ist es mit maschinenpistolen die hat perlen habt die rebellen gebeten die gegend für uns aufzuklären ja die hat auch eine kette an der seite so mardi bra oder wie heißt es da hier untersuchung da hier ist bei mir nichts also die liegt da ja aber hevon die müssen wir nicht verstehen ja denn ist bei dir wieder irgendwas es war aber auch schon mal umgekehrt ja aber wenigstens zählt es ja jetzt für alle hoffe ich mal das für euch allen gezählt hat hier war doch noch eine kingslayer datei äh die ist denn da muss ich mal hier sein na wenn denn 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 ich bin schon mal gespannt weil das nächste mal mein pc jetzt abstützt ich hoffe gar nicht mehr sag sowas nicht und gleich plup weg ist er ja und wieder eine aufnahme für den arsch da kotze ich einen strahl da hab ich keinen bock mehr moment sie ist unterirdisch ich habe so eine vermutung ich gehe mal ins loch da unten rein ihr könnt ja oben suchen ich gehe unten ins loch der kann in löcher gehen wo ist denn der eingang äh genau hier hier ist auf jeden fall ein loch ich glaube ich habe einen beindruck nein scheiße wenn du aufgepasst wäre das nicht passiert so mal gucken mal geht es lang denn hier tatsächlich ist es hier im berg drin warum sagst du das nicht gleich habe ich doch stattdessen las ich mir da erstmal hoch wieder unnötigen kalorien voran ich habe hier ein ziel mit maschinenpistole ich habe hier ein ziel mit maschinenpistole ich habe hier ein ziel mit maschinenpistole alter ich kann mir gar nichts sehen boah björn wo laufe ich denn jetzt gegen moment ich dachte was macht sich dann ach guck mal hier hallo der hat spaß der teufel hier schön mit nem joint in der fresse he he äh da drüber hier oben volles kletterparcours ding hier so ja ganz wie ein destiny ich habe nicht viel diese woche aber der santa muerta priester el cardinal wo ist denn der ausgang ja da wo es so neblig ist verstehst du ich glaube er steht nicht so auf die la santera lady das steckt mehr als nur politik dahinter ich glaube sie macht sich auf seinem gebiet breit ich meine vielleicht schreibt sie mal von dieser hier ist äh ja nur eine endlosere lichtquelle man kann die lampen kaputt schieben aber es ist trotzdem hält ich brauche dir wohl nicht zu sagen dass jemand der diesem kerl angst macht verstärkung wird an warum denn ach hier nimm die hm ok warum ich verstehe das nicht weil wir weil wir die sachen geholt haben deswegen kam kommt jetzt verstärkung oder baby unlogisch also eigentlich nicht aber trotzdem einfach mal raushauen auch wenn es nicht stimmt so ihr penner so so eine hubschraube ist schon gleich weg hm nein das steht doch noch ne das war es also jetzt können wir wieder mit mission anfangen ich würde fast sagen das ist äh hä ne halt ne hast du noch irgendwo ein gelbes ausrufezeichen ja fliegen wir zu A da sind noch welche noi warum sind die warum sind die wieder weg die waren bei mir alle da alle jetzt sind die wieder alle weg warte mal hast du noch A markiert ja wir fliegen da mal hin ok hahaha das läuft ja heute wieder das ist es wird mir zwar gerade nicht mehr angezeigt aber es war vorhin da mir wird es auch nicht mehr angezeigt wir können ja mal da mal das hatten wir aber vorgestern bei dem gebiet auch schon das letzte mal als wir hier rüber geflogen sind ja da hatten wir auch keine mehr wir haben einfach mit der mission weiter gemacht ja und beim ersten haben wir uns so gedacht warum haben wir alle gerne die Dateien hier aber moment wenn du die Datei nicht mehr siehst und wir ja auch nicht dann können wir die nicht mehr benutzen ich weiß das nicht weil ich sehe die nicht mehr also wir könnten ja können wir ausprobieren auf ja fahren wir erstmal über A wenn wir da nix sehen weil wir wissen auch nicht was wir anklicken müssen dann würde ich schon fast sagen dann so ein Veranstaltungsort aufsuchen das sieht jetzt nicht so aus als wenn das eine mega riesengroße Stadt wäre sondern eher nach ein Gebäude ja und dann ist die Frage ja hey gibt es hier Bienen achso ne das sind das sind Tote und dann ist das was ist das wichtig da du 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 vor allen dingen bewaffnet man geht bewaffnet zum friedhof ja ist klar ja natürlich du dich ja genau ich habe immer meine m16 dabei wenn ich zum friedhof geh also ich habe sie gefunden aber ich kann nichts machen denn party kracher oder in den 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 party bus party bus hat die bus klingt gut macht es so viel sinn das ding auf der stelle egal gerade dass dein zug kommt jetzt hätte zukommen sind wir hier du musstest dich doch ganz gut daran erinnern an diese stelle ohne deck zu werden schon wieder richtig darum sag ich ja du müsstest dich ganz gut daran erinnern na toll auf jeden fall gibt es hier in orden da kommt ein zug tschüss hubschrauber war nett ich kennengelernt zu haben also wir müssen einfach da jetzt zukommt halt wenn da jetzt nicht zukommen würde ob die uns gehört haben was wie instant ob die uns gehört haben nein fehlgeschlagen ja vielleicht durch die explosion des helikopters haben die gemerkt dass da jemand angekommen ist ja unten rechts stand eben verdächtigt und dann zack nun ja mal gucken wo wir auftauchen vielleicht können wir da kommt der nächste zug vor der regel zug verkehr hier vor der verkehr hier die können verkehr so das bedeutet vorher irgendwie suchen ach so ich sehe ihn schon glaube ich ja das wird der weiße da sein oder ja ja dann müssen wir dann innerhalb von zwei minuten bei irgend soem ziel sein und irgendwie wieder zurück easy peasy lemon squeezy wir müssen den fakt glaube ich austauschen da muss was reingemacht werden aber passt auf da sind zwei leute die müssen wir auf jeden fall ausschalten oder mehr hm ich mag hier erstmal essen ach ne aus medizin so der ist weg vielleicht äh den hier noch ansonsten den bin ich schon vorbei das ist die halle in der der truck geparkt ist bleiben wir unten und klauen ihn bevor das kartell merkt dass wir ihre party sprengen tschüssi idioten ich muss ganz woanders lang ich fahr trotzdem ein Ziel ist es das Lager mit dem werbematerial zu zerstören bleibt außer sicht bringen wir es hinter uns wir können ja nimm dir ein anderes Auto ne wir warten auf dich du musst eh wieder denn hier wieder zurück wir warten hier auf dich seht euch das an ich nehme ein paar von den cds mit kannst deine mp3s online kaufen hier ist Gottes kümmert er später um die musik die zeit läuft leute gehen wir zum ersatzfahrzeug und bringen es her bevor irgendjemand was merkt ja normalerweise hätte es auch mitfahren müssen ja ich chill hier denn mit dir dass du nicht so allein bist kann ich die weg also liebe Zuschauer ihr chillt jetzt mit mir hier mhm wir müssen mal schön einen durchziehen so die schöne Aussicht genießen hier und dabei eine Qualm na auch ein Zug lass mal wer weiß was bei dir drin steckt ey denn nicht mehr für mich paf na toll der hat sich also bei der hinfahrt fast eingepisst und jetzt soll ich den fahren natürlich wie lange waren wir weg wir liegen unter der zeit und in anbetracht der tatsache dass wir Das Ding unter der Zeit? Was? Langsam angehen? Dann ras mal. Du hast eine Minute. Mhm. Betonfaller, Stein, kippt. Oh, puh. Uh, ha. Du weißt schon, dass da C4 drin ist. Das ignoriere ich. Mhm. Du weißt schon, dass du auch unentdeckt da wieder raus musst. Was? Na toll. Krieg ich hin. So, der steht zwar andersrum, aber das ist derselbe. Kann ich euch versichern. Na, erledigt. Komm raus. Ja, das ist jetzt so die Sache. Ja, da wo du auch langgegangen bist. Ja, das ist jetzt so die Sache. Oh, der hat ein kleiner fast entdeckt. Na, hallo, ihr habt gar nichts gesehen. Ich hab den im Lager aus Sekt gemacht. Theoretisch. Oh, äh, ja. Ja, denn schnell raus hier. Belassen Sie das Gebiet. Wie, die Profis? Ja, Vollprofis. Gleich beim ersten Mal. Wir haben die Trucks getauscht und niemand ist in die Luft geflogen. Ich sage mal, Auftrag erfüllt. Die können Aufträge erfüllen. Oh, ja. Wenn wir das beim letzten Mal gemacht hat, das schiebst du auch. Quatsch. Das war, das war nur Training. Also, wenn wir schon mal hier sind, könnten wir auch den, 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 ach, das können wir auch später machen. Im Offscreen, dann haben wir auch was zu tun in Offscreen, wenn wir hier noch mal hin müssen. Ja, wir haben ja nie was zu tun in Offscreen. Wir haben nie was zu tun. Ja, dann würde ich sagen, äh, in der nächsten Folge geht's dann da hinten weiter. Wo hinten? Da in 1,5 Kilometer Entfernung. 1,5 Kilometer? Also, das da? Das Konzert an einem Ort namens Uma Marka stattfindet. Naja, auf jeden Fall, äh, vielen Dank für's zu sehen. Ich hab mir doch beim nächsten Mal wieder dabei. In diesem Sinne, äh, ja, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Mh, tschö. Ich fliege. Denkt dran, Leute, immer schön den Lachs auf den Tisch kloppen, ne? Mh, tschö. Mh, tschö. Mh, tschö.